Spannend ist es hier in Kingdoms of Amalua Reckoning und wir sollen uns der Maid von Windemeer stellen. Auf das warte ich ja schon sehr lange, ihr wahrscheinlich auch. Und jetzt ist es eigentlich in diesem Quest soweit. Jetzt müssen wir nur noch eigentlich einen Weg mal zu ihr finden und darin bin ich ja nicht so immer gut. Die können wir gar nicht angreifen. Es sind keine Gegner mehr für uns. Achso, es sind einfach keine Gegner mehr für uns. Kann ich hier nicht runter? No, kann ich nicht. Ich will jetzt auch mich nicht lange eigentlich auf... Das ist ja witzig, die tun uns jetzt gar nichts mehr. Es sind einfach keine Gegner mehr. Wir sind zu gut. Ja, daran sieht man doch, dass wir besser geworden sind. Ich glaube, ich muss hier über die Brücke ab zum Schloss. Warum auch nicht? Denn das ist uns ja neu hier eigentlich auch. Hier, das sieht doch gut aus. Sollen wir hier mal reingehen? Die Kapelle. Mhm, dann reden wir mal mit ihm hier. Sollen wir. Willkommen. Ihr seid nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Ich bin Sagrell, Kanzler von Windemere. Sie hatte gesagt, ihr wärt wunderschön. Allerdings ist mir schon aufgefallen, dass sie einen etwas eigentümlichen Geschmack hat. Aber ihr kommt genau im richtigen Moment. Unsere kleine Armee nimmt langsam Gestalt an. Ich hatte schon Angst, wir müssten die Pläne der Dame tatsächlich umsetzen. So irrsinnig sie auch sind. Äh, fragen wir mal so nach Hintergrundinformationen oder nicht so ein bisschen, ne? Jede Ballade des Sommers endet mit der Niederlage der Maid. Sie hat ein ums andere Mal die Schurkin gespielt. Doch nun plant sie, dies dauerhaft zu ändern. Und sie hat die Macht, es zu tun. Diese Armee ist kein neues Element, nicht im geringsten. Das alles ist Teil der großen Ballade, das verfluchte Königreich, in der die holde Königin Belle Maid die Armee der Maid zu einer versprengten Meute zerschlägt. Okay. Prismäerkristall. Er ist die Quelle ihrer Macht und ihres Wahnsinns. Normalerweise ist sie überhaupt nicht so schlimm. Solange man nichts gegen Intrigen und Verrat hat, natürlich. Ja, nicht ihr seid Sagrell, sondern ich. Aber natürlich seid ihr das. Bitte verzeiht, aber ich vergesse oft, dass meine Zeit im Haus der Balladen abgelaufen ist. Jetzt bin ich nichts weiter als ein Gefangener der Maid, wie wir alle. Hm, wo sind die Kristalle? Und den Wald von Sommersend verborgen. Mit bloßem Auge sind sie jedoch nicht zu sehen. Sie erscheinen nur, wenn sie durch den Ton einer Musik herbeigerufen werden. Ach, wieder unsere Pfeife? Und nun? Einfach nur Sagrell, bitte. Ich bin kein Ritter und auch erst kürzlich erwacht. Die Maid hat mich in dem Moment entführt, als ich meine Höhle verließ. So, als hätte sie auf mich gewartet. Der große Kreislauf hat mich ausgelassen, aber ich bin kein Freund der Maid von Windemere. Denn obwohl sie in den Balladen des Winters als Heldin bezeichnet wird, ist ihre Lieblingsrolle doch die der herzlosen Tyrannen. Ja, so kommt die auch rüber. Die Bestien in diesem Dorf mögen sich zivilisiert verhalten, aber sie sind alles andere als das. Kommt ihnen in die Quere und sie töten euch. Genau, wie es ihre wilden Vättern tun würden. Alles klar. Ihr müsst euch beeilen. Also dürfen wir wieder fröhlich rumflöten, ja? So sieht's aus. Dann flöten wir mal und suchen die Kristalle. Ich hoffe, das geht schnell. Och, nö! Äh. Oh. Äh. Warum greift er mich jetzt doch nicht an? Der hat mich doch jetzt gesehen. Huch. Äh, ja. Flöte. Konsum. Gut. Nee, das war hier nicht. Nee, da auch nicht. Gegenstände. Da war das. Wo ist die denn? Kann ich die jetzt einfach dafür wieder benutzen? Jawohl. Da. Hier irgendwo da muss einer sein. Die Burg herumlagen feiern, betäubt vom Lied, das ein Schlaflied wohl war. Eine Armee will die Maid für sich formen, aus Hunderten, Tausenden gaben. Sie schlug sich über die Richtung und fand bald das Ziel ihrer Suche. Sie fand den Quell alles Bösen. Ein Kristall half der Maid bei dem Fluch. Die greifen mich hier aber alle gerade gar nicht an. Finde ich ganz gut eigentlich. Juhu. Gehen wir mal einfach an ihm vorbei, wa? Weiß nicht, ob das keine Gegner mehr für uns sind. Ist ja auch egal. So, hier irgendwo muss das Ding sein. Schade, dass ich immer wieder flöten muss, damit, äh, damit das hier was wird. Und immer wieder hier runterscrollen. Können wir die Pfeife nicht, äh, einfach mal hier reinpacken? Genau. Dann geht das ein bisschen schneller gerade für diesen Quest. Hier. Jawohl. Kristall und so. Der ist jetzt da? Der bleibt da stehen? Oder wie ist das jetzt? Der, ja. Okay. Alles klar. Dann flöte mal. Denn anscheinend müsste ich ja ein ganzes Stückchen laufen. Man sieht kaum was. Aber ich bin, glaube ich, richtig irgendwo hier. Sehr weit weg. Aber richtig. Schön, dass sie mich alle nicht mehr angreifen. Ist alles total easy-misi hier. So, wo denn? Da ist der Nächste. Ja, aber, was... Die, die... Jetzt habe ich ihn gefunden und dann sind sie da. Reicht... Aber guck mal, jetzt verschwindet der ja wieder. Was muss ich denn jetzt hier machen, damit die nicht wieder verschwinden? Ah, zerstören! Okay, ich muss sie zerstören, sagt das doch einer. Haben sie wahrscheinlich. Ich habe nur nicht wieder aufgepasst. Alles klar. Irgendwo hier. Zack, das war der Nächste. Und im Hintergrund fängt das Gedudel mit an. Das ist ja schön. Irgendwo hier. Dann gehe ich nochmal an die Ecke, wo ich gerade eben war. Und mache den nochmal Schrott. Oh, jetzt... Nee, jetzt bin ich falsch. Ich muss wieder runter, ne? Wo war denn das nochmal? War das nicht hier? Mache ich den nochmal put. Put. Bums. Nur noch zwei Stück, dann haben wir es. So, wo lang? So weit? So weit. Da ist der oben. Ist der hier oben? Da ist noch ein Stein. Da ist noch ein Stein. Gerade mal eben war er weg. Da ist so ein Blödsinn. Ja, echt. Und das geht Dudel. Aber das schaffen wir. Dudel, 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 Dudel. So, ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwie hoch. Ich glaube, das ist da oben irgendwo. Kann das sein? Das tatsächlich nicht hier unten ist, der andere Kristall. Man muss sich doch eigentlich nur hier hochlaufen. Wenn da eine Treppe ist, dann geht das. Und wenn ich alle zerstört habe, sind die dann alle mächtig sauer. Schloss Windemöhr. Da ist er. Lauf, 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 lauf. Schnell, schnell, schnell. Komm, 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 komm. Jawoll. Kaputt. Und jetzt sind die sauer. Kaputt. Ja, da bringt mir natürlich meine Falle auch nicht viel. Ist klar. Aber... Hm. Ja, jetzt habe ich natürlich überall Gegner um mich herum. Das fanden die gar nicht witzig jetzt. Gar nicht witzig. Jetzt muss ich mich da irgendwie ja dran vorbeischleichen, ne? Uh-oh. Das ist natürlich nicht so toll. Das sind eine Menge Gegner. Ich werde jetzt hier mal speichern irgendwie, weil das habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht gemacht. Sicher ist sicher. Ich habe jetzt hier eine Menge Leute, die sauer auf mich sind. So, die sind schon mal weg. Die Trottel. Die Trottel. Ja, irgendwie ist er aber auch Gut, alleine abgelenkt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich um den kümmern soll. Wenn der... So, der ist ja gut bedient anscheinend. Dann muss ich ja nicht. Komm rein. Welch eine Vorstellung, meine Liebe. Es macht mich stolz, denselben Namen wie ihr zu tragen. Ihr habt mit der Armee der Maid kurzen Prozess gemacht. Die Dame selbst wird jedoch eine deutlich größere Herausforderung sein. Das glaube ich auch. Bringt mich jetzt in das Schloss. Nehmt dies. Das ist der Schlüssel zum Glockenturm des Dorfes. Die Glocke läutet im selben Ton wie die Flöte, nur lauter. Sie ist so laut, dass man sie noch jenseits dieser gewaltigen Berge hören kann. Das Läuten wird den Zauber, der auf dem Schloss der Maid liegt, brechen und es erscheinen lassen. Dann ist eure Chance gekommen. Nutzt sie so gut ihr könnt, meine Liebe. Es könnte eure letzte sein. Und jetzt bin ich frei. Ich hoffe sehr, wir sehen uns wieder. Und ich möchte, dass ihr dies bekommt. Es ist ein Talisman. Dort, wo ich hingehe, habe ich keinerlei Verwendung für ihn. Okay, du hast nicht genug Platz. Äh, wo ist der Glockenturm? Direkt über der Kapelle. Die Tür zum Schloss ist mit einem Bann belegt. Okay. Glocken so. Mögen eure Götter euch beschützen. So, Schatzsack. Inventerplunder. Der ist natürlich gut, der Bogen. Keine Frage, aber ich brauche gerade Platz. Und ich habe ein Schild bekommen. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Was hat der Gute uns denn geschenkt dafür, dass wir ihn befreit haben? Das sieht gut aus. Doch, aber Macht brauche ich. Das ist natürlich nicht schön. Vielleicht habe ich... Och, ich habe doch nicht so viel Macht. Mein Lieber. Äh, jetzt will ich wieder beide behalten, weil ich das eine ja nun mal gerade benutzen kann, das andere nicht. Tja. Da wird es schon wieder eng hier. Sterndistel. Noch mal eben mitgenommen. Und was? Was ist hier? Mittel? Das kriegen wir hin, oder? Komm. Schon lange nicht keine Dietrich hier mehr benutzt. Nee, das ist nicht so doll. Na, schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Ja, das schaffst du alles. Ja, das schaffen wir. Nein! Das gibt es doch nicht. Warum schaffe ich das nie? Düdel, mal los hier. Komm, bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Komm, 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 komm. Oh, das ist doch echt zum... Guck, guck noch eins. Da gehen die Dietrich hier hin. Da gehen die... Und immer am Ende... Da habe ich keine Lust mehr zu. Das macht keinen Spaß. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt bessere Dietrich hier immer herbekomme. Oh, oh. Ich gehe mal einfach, ne? Ach nee, ich muss ja hier lang. Oh, oh. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Jetzt reicht's! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, das war ja wieder ein Akt hier, diese Trolle Essenz des Schicksals Ja, es ist immer dasselbe hier Und eigentlich dachte ich, dass ich in diesem Part nochmal die Winde mehr zu Gesicht bekomme Aber irgendwie gibt's immer so viel zu tun hier Ich weiß grad nicht, was ich jetzt hier am geschicktesten mache eigentlich Weil ich kann kaum was entsorgen, weil ich nicht weiß Ob ich nicht nach diesem Balanen-Quest wieder meine alte Rüstung anziehen will Und, äh, gehe jetzt einfach mal das Risiko ein Dass ich hier meine gute andere Rüstung rausschmeiße Ja, das mache ich jetzt einfach mal Damit ich was loswerde wieder Weil ich muss mich ja entscheiden Ich muss mich ja entscheiden Und eine Robe werde ich, glaube ich, danach auch nicht anziehen Und Zauberkraft habe ich eh nicht genug Dann kann das auch weg So, dann hätten wir noch die und die Okay, was ist mit den Dingern hier? 27 plus Leben Da muss ich dann nochmal was reinpacken Die lasse ich auch nochmal drin Ja, wie mache ich das mit den Schilden? Ich weiß auch nicht Hier habe ich nicht genug Macht eigentlich Werde ich überhaupt jemals so viel Macht haben? Ich, ich habe keine Ahnung Plunder Und dann leider, leider zerstören Ja, ich finde die Sachen gut, keine Frage Aber, naja, so sieht's aus hier, so ist das Ach, ja Weg ist er Und hier darf ich jetzt rein Ach, hier Glockenturm Was ist denn jetzt hier im Glockenturm? Zum Beispiel eine Sternliste ist hier Aber auch nichts zum Klauen Doch hier kann ich was klauen Sehr leicht, das brechen wir auf Hat sogar geklappt Brauche ich aber alles nicht Außerdem habe ich eh nie Platz Dann ist es auch gut, wenn da nichts ist, was mich interessiert Gehen wir doch mal hoch Und läuten die Glocken Die Glocken, die Glocken Was haben wir hier? Das ist alles nur Kram Krempel Sternliste Nutzen Glockenseil Oh oh Jetzt bin ich ja mal gespannt Ich hab sie geläutet Die Glocken Jetzt sollte es ja erscheinen Eigentlich Uh ha Jetzt geht's aber los hier, du Meid von Windemere Meine Liebe Jetzt komm ich Oh ha Oh ha Warum muss ich jetzt hier zurück? Bin doch richtig hier? Oder nicht? Was steht denn hier jetzt? Accessoires Erstmal hier nochmal Das sieht doch gut aus Hier plus 10 Ne, das nehme ich jetzt mal Für ein bisschen Zauberkram Äh, warum? Was sagt denn der Quest? Ich habe das Dorf Zuhause Liebste Ich hoffe es ist ganz nach eurem Geschmack Denn ihr werdet es niemals wieder verlassen Aha, erzählt mir von Schloss Windemere Ist übrigens grad blöd Ich hab genau den Stein jetzt benutzt Und nun kommt sie Ich verabscheue diesen Fels Seine kühlen Gänge und tropfenden Decken Sein Flüstern kündet von einer längst vergessenen Vergangenheit Ich wünsche nicht mehr die Königin dieses Schlosses zu sein Und immer und immer wieder hierher zurückkehren zu müssen Ich werde seinem Vermächtnis entkommen Das ist ein Versprechen Hm, was habt ihr den anderen angetan? Das Schicksal von Kret und Ayrmeer habt ihr zu verantworten, meine Liebste Jene guten Ritter waren Leidtragende dieses verfallenen Musters Opfer für das Haus der Baladen Was die anderen betrifft Sie werden ihre Rollen in Kürze übernehmen Sie alle wurden gerettet Befreit aus ihren ausgetretenen Pfaden Sie beschreiten nun einen neuen Weg Meinen Weg Mhm, wo ist der König? Venson ist hier Gemeinsam mit seinem Hof der Zauber Die großen Hallen und Gänge sind von ihren Stimmen erfüllt Erfüllt von den alten Geschichten Die erzählt und wieder vergessen wurden Es ist Zeit von Neuem zu beginnen Denn wir schreiben das letzte Kapitel des Hauses der Baladen Erst wenn die Erinnerungen an alten Glanz verblasst sind Kann neuer Ruhm entstehen Alles, was ihr hier seht Das Schloss und alles, was sich darin befindet Könnte euch gehören Das schließt auch meine Liebe mit ein Denkt darüber nach Hm, tu ich Jetzt haben wir den Stein verpasst, ne? Toll Der Held und die Meidruf Der Zauberraten König Wensen König Belemai Zerferara Herren Olin Ja, da haben wir was zu tun Wir sind ja auch der Held der Geschichte Und sind in einem leisen Schloss Der sicherlich viele Gefahren auf uns lauern Hallo Wer bist denn du? Sagerell, endlich seid ihr hier Es ist an der Zeit, die Klinge mit jemandem zu kreuzen, der eurer Fähigkeiten würdig ist Ihr habt der Meid großen Kummer bereitet Und das stimmt mich traurig Doch zum Glück wird ihr euer Tod ein gewaltiges Vergnügen sein Äh, was ist mit euch passiert? Ich habe die Welt gesehen, wie sie sein könnte Ein Reich, in dem ich entscheiden kann, wer ich bin und wohin ich gehe Die Meid hat mich mit ihrer Wahrheit verzaubert Hm, denkt an eure Ehre Verräter werden bestraft Ich ehre die smaragdende Dame mit jedem Kopf, den ich ihr zu Füßen lege Eurer ist der Nächste Oh, jetzt müssen wir mit ihm kämpfen Shit Shit Fuck Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, tut mir leid für dich. Aber du wolltest es nicht anders und ich hab auch keine Lust, noch dreimal gegen dich zu kämpfen. Jetzt reicht's endlich mal. Ja, es ging nicht anders. Mal schauen, was es jetzt weiter hier in diesem mysteriösen Schloss von der Maid noch so gibt. Es sieht, wie gesagt, alles sehr, sehr cool aus. Ich bin immer total gespannt, was es gibt. Hier ist noch wieder ein Singstein oder ein Erzählstein. Mittlerweile erzählen die Steine ja auch von unseren Heldentaten. Das ist ja sehr cool. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, dass die jetzt langsam halt uns besingen und unsere Heldentaten, die wir machen. Ja, aber wir sind ja auch Sagrell mittlerweile. Und sehr cool. Ich freue mich. Bis dann.